so meine freunde der sonne da sind wir wieder die spinne wurde besiegt die höhlen gerettet ich bin jetzt mega gespannt ob wir jetzt hier unten licht haben muss ich ganz ehrlich sagen ich bin mega gespannt ob wir jetzt hier licht haben und das schein glaube aber so zu sein dass wir jetzt hier wer richtig das ist ja richtig cool aus aua sind du für eine doofe spinne auf damit so rum zu spinnen das ist doch wunderbar siehst du mal jetzt haben wir endlich hier unten liegt ich wollte eigentlich mal gucken aber hier gibt scheinbar gar nichts irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen dass hier nichts ist muss ich ganz ehrlich sagen das kann ich mir kaum vorstellen weil für was ist der weg hier unten also hier haben wir was ich kann mir halt nicht vorstellen dass hier unten nichts ist aber scheint wirklich nichts zu sein so da haben wir das hier auch alles dann gucken wir mal hier den weg noch an nein mann mann mutti auf ihr nervt mich hier unten ne wisst ihr das ihr seid richtig kacke pisst euch so was ist denn los jetzt kaufen ich komme da nie ran ich bin zu doof daran zu gehen jetzt ok so das heißt hier gibt es auch nichts besonderes nur dass wir hier halt einen durchgang haben mystery ist doch Samen du hast einen neuen questgegenstand gefunden er erleuchtet schwach vielleicht gibt es jemanden der weiß was für ein Samen es ist ok hier haben wir einen Samen gefunden wunderbar gut dann haben wir nur noch hier unten da würde ich gerne noch hin muss mal kurz gucken das heißt wir müssen jetzt gleich wieder runter okay und dann heißt es gleich wieder rechts ja hier kann ich auch lang tschüssi ja Arschkrampen das ist überhaupt hier oben richtig wäre das hier oben überhaupt richtig ist eigentlich egal wie lange ich hier mache ich mache jetzt einfach mal ja ja so gut äh ja 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 das ist das war mir jetzt gerade jetzt bin ich wieder hier moment muss doch hier okay jetzt hat es funktioniert okay ich weiß nicht wieso aber jetzt hat funktioniert Uri Geller wollte sich gerade nicht festhalten alles klar okay jetzt hier rein mit meinem halben leben ich werde mich mal ganz kurz hier oben heilen falls wir jetzt gleich nochmal hier Probleme bekommen so blitz du hast eine neue Fähigkeit erlernt halte lt gedrückt um sie mit x ok zuzuweisen erzeuge eine Lichtaura die Gegner Schaden zu fühlen um die Dunkelheit zu erhellen okay damit können wir auch die Dunkelheit erhellen das ist gar nicht mal so schlecht das heißt normalerweise könnte man auch vorher schon hier rein irgendwie da haben wir hier echt alles außer den Weg müssen wir noch erkunden das heißt wie kommen wir am besten hier hin wenn ich jetzt nicht hier hoch ich glaube wenn ich mich hier hoch teleportieren kommen wir am schnellsten da lang ich weiß auch ganz genau wo wir jetzt blitz einsetzen können wir haben ja noch bei uns in der Heimat haben wir noch eine Höhle die wir noch erkunden müssen die dunkel ist ähm die war ja glaube ich glaube ich glaube die war auch dunkel und ich denke mal die würde jetzt auch dunkel bleiben also ich glaube man nicht dass sie hier genau da genau kaufe nichts lassen sie mich in Ruhe geht das hier lang klappt das ja ich glaube jetzt müssten wir schon sehen noch nie okay hier haben wir Sauerstoff weiter geht's okay als Speedboot ist es glaube gar nicht so schlau ich glaube wir können auch gechillt eintauchen so ihr nervt mich wisst ihr das ja kack Fische ist irre das sind bestimmt Normans Fische Aua Böp 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 30 Kreuze, wenn wir die Höhle fertig haben. Wir müssen auch mal langsam wieder gucken wegen Golek-Erz. Wir brauchen ja noch ein bisschen was. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel wir schon haben. Aber ich weiß, wir brauchen noch ein bisschen was. Sprechen wir kurz mit ihm. Wir haben 4, das reicht für nichts. Wir brauchen 8 einmal. Und ein wenig Golek-Magie. Okay, das ist Dekoration. Ne, hier war die Höhle nicht, ne? Ne, ne, doch doch. Ne, ne, hier war die Höhle. So, wir müssen natürlich jetzt die... unsere neue Fähigkeit auspacken. Das wäre... Letztes Gefä... Ah, ne. Quatsch, ist er hier. Ähm... Machen wir, würde ich sagen, nehmen wir mal die Y... Bäh... Y und... B. Okay, 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 okay. Hier längs, hier längs, hier längs. Boah, krass, wie lange bleibt die Fähigkeit damit... Boah, damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. Herzförmig, ja, Eichel, okay. Da haben wir die... Achso, fuck, ich habe ja hier keine Karte. Okay, mehr haben wir hier, glaube ich, auch gar nicht. Das war's. Okay. Okay. Ich habe immer Angst, dass ich in solchen Höhlen oder in solchen Level... immer Erz oder irgendwas verpasse. Dass ich irgendwo Erz oder irgendwas mitnehme. Meine Eichel... So, da haben wir die Nebenmission auch schon. Wunderbar, da haben wir die Höhle jetzt auch erkundet. Wir könnten langsam mal wirklich, ähm... Gucken nochmal wegen... Was haben wir hier? Ich glaube, hier waren wir schon. Ja. Hier haben wir auch nichts. Okay. Oh, Splitter ansehen. Nee. Okay, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, gut, das brauchen wir... Den Splitter brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Gucken wir uns mal die Verbesserung an. Hm. 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 Problem ist, für was anderes brauchen wir die Geisterkugel nicht, ne? Also brauchen die halt nur... Hm. Ich rede nochmal hier mit jedem. Hallo, 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 hallo. Also genau, das sind meine Aufzeichnungen. Okay. Warte mal. Ich habe gerade eine Vermutung. Warte mal, waren wir hier schon drin? Ich glaube, von hier aus könnten wir, ähm, das Erz erreichen. Ist so ein bisschen meine Vermutung. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man von hier aus das... Entschuldigung, ich wollte hier nichts kaputt machen, aber hier haben wir auch nichts mehr. Okay. Ich weiß nicht, ob wir von hier aus das Erz erreichen können, aber ich kann mir das gut vorstellen. Wir versuchen es mal. Okay. Nee, okay. Nicht im Ansatz. Das ist da ganz oben. Nicht im Ansatz. Okay. Ähm. Jawohl. Guck mal, wir sind scheiße. Egal. Guck mal da durch. Moment. Nee, so nee. Wache bringt mir, glaube ich, auch nichts. Nee. Wir können ja mal Wache versuchen, aber ich glaube, nee. Okay. Ich wollte es mal ausprobieren. Ich wollte es mal ausprobieren, aber funktioniert alles nicht. Das heißt, wir sind hier jetzt auch erstes Mal soweit fertig. Ähm. Und fehlt halt noch ein Licht. Ne? Uns fehlt halt wirklich noch ein, äh, ihr Licht. Ich finde, das Herz des Waldes haben wir hier auf den Bergen. Ich finde die Erinnerung des Waldes. Ich finde jemand, der sich mit Pflanzen auskennt. Und wieder aufbauen, der, okay, das heißt, guck mal, das ist ja, oh, wir haben ja sogar zwei. Hm. Wir könnten ja mal ganz kurz, das war, wo war denn der, der hier, glaube ich, ne? Wir könnten ja mal ganz kurz, das war. Hier sind wir in der Höhle. Ich will mal wissen. Okay, du warst es auch nicht, ähm, wo wir nochmal die Karten kaufen können. War, war, war hier nicht der Kartenfakt? Wo war denn? Ist doch der hier, glaube ich, ne? Ist doch, glaube ich, hier, ne? Hä? So. Lupo, genau. Ja, aber wir können ja mal gucken, ähm, ja, wir haben eine Splitteroffenbarung. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Obwohl ich mir überlege, lieber die Splitteroffenbarung vielleicht später zu holen. Ähm, da ich die gerne erstmal selber finden würde. Okay. Ja, das zerstört instabilen Boden der Geißerschlag. Moment! Moment! Das heißt, wir könnten dann ja ein... Warte mal. Das können wir uns ja kaufen. 800. So verursacht eine Schockwelle. Wirft einen mächtigen Speer aus Licht. Zerstört instabilen Boden. Das ist gar nicht mal so... Wasseratmung ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Oh, nee. Wollen wir jetzt nicht unbedingt? Na komm, die Wache holen wir uns doch nochmal. Warte mal, das ist doch... Der Geißerschlag ist doch meine eigentliche X, die ich immer nehme. Das ist doch, glaube ich, der... Geißerklinge. Ach, das ist der Geißerschlag. Warte mal. Könnte ich eigentlich auch mal eine Zeit lang benutzen. Ich bin aber gerade am überlegen... Hmm... Hmm... So, jetzt würde ich nochmal ganz gerne zu dem Boden dahinten gehen wollen. Dahin. Ich will mal wissen... Ah... Oh... Okay. Aha... Äh... Äh... Dies ist Teil der Lichtung... Äh... Fühlt sich fast wie zuha... Fast... Fühlt sich fast wie zuhause an. Aber nur fast, ne? Ich mach das hier extra... Mann. Dieser Teil der Lichtung fühlt sich fast wie zuhause an. Ähm... Da würde ich mal ganz kurz hier... Ne. Da kann ich nichts kaputt machen. Aber... Warte mal... Das ist doch hier... Brändekohle, ne? Ne... Dann leck mich doch... Okay... Da haben wir, sag ich mal in Anführungszeichen, das Rätsel jetzt auch gelöst. Dann können wir ja immer ein bisschen mit dem Geisterschlag arbeiten. Und... Guck mal kurz... Dann wäre unser nächster Weg eigentlich... Ooooooooh... Tja, wo soll man als nächstes hin, ne? Hier ist ja noch der Bär. Dafür brauchen wir Honig. Das haben wir noch nicht. Hier könnten wir weiter längs, ne? Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Es fehlt halt nur noch ein Irrlicht, ne? Mhm... Oh... Hohohohoho... Wenn er das Herz des Waldes... Aha... 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 Hier müssen wir ja auch noch hin, ne? Hier ist ja auch noch ein Irrlicht versteckt. Ah... Vielleicht gehen wir auch zur Windwüste. Mal gucken. Wir gucken mal, wo wir als nächstes hingehen. Wir können natürlich auch zur Windwüste gehen. Wir versuchen jetzt einfach mal den neuen Schlag. Ja, und damit sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin haut rein und tschüss! Bis dann! Bis dann! EINDREN